Eigentlich hatte der Tokio-Hutelsänger eine gute Zeit am Oktoberfest. Doch die Kommentare unter auf Social Media schockieren und nerven ihn. Ich hatte den Spaß meines Lebens, schwärmt Bill Cowlitz, 35, von seinem diesjährigen Wiesenbesuch. Wie schon letztes Jahr war der Tokio-Hutelsänger in Begleitung von Mark Eggers, 37, am Münchner Oktoberfest, und es wurde wieder geturtelt, was das Zeug hält. Im Podcast Cowlitz Hills erzählt Bill seinem Zwillingsbruder Tom von seinem Erlebnis auf der Theresienwiese. Nach einem Abstecher ins Schützenzelt zog die Feiergruppe von Cowlitz weiter ins Käferzelt, der Hotspot für Promis. Bill war nicht nur vom Essen begeistert, sondern auch vom Bier, es hat sehr geschmeckt, und es haut mich immer wieder um, wie schnell man betrunken ist nach diesem Bier. Ihr wisst doch überhaupt nicht, was bei uns privat los ist. Punkt was ihm weniger gut gefiel, waren die ganzen Leute, welche Cowlitz und seine Gruppe durchgehend fotografiert und gefilmt haben. Es soll laut der Münchner Abendzeitung sogar zu einer lautstarken Auseinandersetzung gekommen sein, da sich zu viele Fotografen vor die Box von Bill und Mark gestellt hatten. Doch auch Gäste filmten die beiden und posteten die Aufnahmen auf Social Media. Dass Leute dich aus allen Perspektiven filmen, kann der Sänger nicht verstehen, wie er im Podcast erzählt. Er könne dies aber ausblenden, da es für ihn nichts Neues sei. Für sein Umfeld sei das aber fürchterlich. Besonders die Kommentare unter den Beiträgen findet Bill Cowlitz krass, wer sich alles rausnimmt, so eine Aufnahme zu bewerten. Weiter meint der 35-Jährige zu seinem Bruder, es ist so krass, wie Leute, Dinge in einer Beziehung anhand so eines Videos beurteilen. Wo ich denke, ihr wisst doch überhaupt nicht, was bei uns privat los ist oder wie wir miteinander sind. Und dann nehmen Leute ein 15-sekündiges Video so auseinander, wo ich denke, habt ihr einen Dachschaden? In den Kommentaren wurde vor allem die Beziehung zwischen Bill und Mark analysiert. Das ist jedoch nicht verwunderlich. Nachdem die beiden bereits letztes Jahr gemeinsam am Oktoberfest geknutscht haben, Mark in der Netflix-Doku der Cowlitz-Brüder auftauchte und Bill kürzlich den Schlagerstar auf Mallorca besuchte, häuften sich die Gerüchte um eine Beziehung zwischen den beiden immer mehr. Zudem gab der Tokio-Hotelsänger in der vorletzten Podcast-Folge bekannt, dass er in einer Beziehung mit einem Mann sei. Wer der Glückliche ist, hat er jedoch nicht verraten. Fans sind sich aber sicher, dass es Mark Eggers ist.